Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 3. Mai 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 610 und ich habe heute die folgenden Themen mitgebracht. Kein Leistungsschutzrecht, Sunrise, World of Goo, Go, wie man es auch immer ausspricht, Solitär und Aktivitätsdaten. Ich beginne gleich mit dem Leistungsschutzrecht. Was war es für ein Schock für den einen oder anderen Schweizer, der sich ein bisschen für die Materie interessiert, als plötzlich im Februar es hiess, dass das Leistungsschutzrecht in der Schweiz doch irgendwie dann jetzt ziemlich schnell und sowieso eingeführt wird. Ja, vor allem ziemlich, ich soll es sagen, ein bisschen heftiger als in der EU und ja, vor allem sehr viele Amps waren da. Wenn da nicht die aktiven Menschen in diesem Internet wären. Und dazu gehört eben die digitale Gesellschaft, die sich unter anderem dafür eingesetzt hat, dass das Ganze eben nicht in das Schweizer Gesetz Einfluss oder Einzug nehmen sollte. Und hat es dann auch geschafft, soweit, dass zumindest vorerst mal das Leistungsschutzrecht, so wie es damals rein hätte sollen, nicht umgesetzt wird, respektive nicht reinkommen wird. Das freut nicht nur mich, sicherlich sehr viele andere Menschen, die sich hier im Internet so rumbewegen. Wer das Ganze ein bisschen gutieren möchte, die Arbeit, die Überzeugung des Ständerats, das Gesetz nicht abzuschliessen oder zu integrieren, hat ein bisschen was gekostet oder hat ziemlich viel was gekostet. Und aktuell ist noch ein Defizit von 4.000 Schweizer Franken offen. Wer sich da beteiligen möchte, eine Mitgliedschaft im Digitalen, also in dem Verein, wäre eine Möglichkeit oder auch eine einmalige oder regelmässige Spende. Wie das geht bei uns in den Shownotes, habt ihr einen Link zu dem Beitrag. Und da sind dann weitere Links drin, wie das Ganze funktioniert. Sollte man dringend unterstützen, werde ich auf jeden Fall auch noch tun. Ich habe euch letzte Woche oder war es diese Woche davon berichtet, dass ja bei der Swisscom OPPO neu im Rennen ist mit dem ersten 5G Smartphone, weil es es zu kaufen gibt. Ab dem 1. Mai gab es das oder gibt es seit dem 1. Mai gibt es das zu kaufen. Seit dem 2. Mai hat auch Sunrise, der zweite Provider hier in der Schweiz, der unter anderem auch schon ziemlich schön ausgestattet das 5G-Netz über die Schweiz gespannt hat, neue Geräte angekündigt. Seitdem, im zweiten, gestern, kann man das Xiaomi Mi Mix 3G, 3, 5G, so rum, kaufen oder das Huawei Mate 20X. Beides sind Telefone, die eben mit 5G kommunizieren können und somit dann für die Kunden des jeweiligen Operators zur Verfügung stehen. Das Huawei Teil kostet 997 Franken und das Xiaomi 847 Franken. Wer da also möchte, zugreifen und im schnellen, schönen neuen Netz surfen. Es gibt wieder mal was Kostenloses. Das gibt es bei Epic Games in deren eigenen Store. Immer wieder, alle 14 Tage, verschenkt man da an die angemeldeten Nutzer ein Spiel. Aktuell ist es das Puzzle World of Goo, wahrscheinlich spricht man es aus, ein sehr, sehr kniffliges und einfaches und vor allem auch süchtig machendes Puzzle-Spiel. Wer sich das holen möchte, spielbar unter Windows und auf macOS, somit haben alle was davon. Die Aktion läuft am 16. Mai ab, somit solltet ihr euch sputen, denn wer es jetzt nicht macht, der vergisst es sowieso. Aktivitätsdaten. Erst gerade vor zwei, drei Tagen habe ich berichtet, dass zum Beispiel Google Fit es auf iOS geschafft hat und somit Google natürlich noch an mehr Daten kommen kann. Und da gibt es ja die Möglichkeiten, die Daten rauszulöschen. Zum einen die Aktivitätsdaten, eben von gerade Google Fit zum Beispiel, aber auch die Positionshistorie. Die kann man von Handys löschen, so muss ich sagen. Das Ganze soll sich jetzt automatisieren lassen. In Zukunft wird es dann möglich sein, man kann es konfigurieren, dass automatisch nach drei oder nach 18 Monaten alle persönlichen Daten vom Google-Konto, zumindest dem, was man sieht, gelöscht wird. Zu guter Letzt habe ich nochmals ein Spiele-Thema. Microsoft Solitaire hat es in die Hall of Fame der Videospiele geschafft. Zumindest in die Hall of Fame des Museums of Play. Da wurde unter anderem in Solitaire auch noch Super Mario Kart, Mortal Kombat und Colossal Cave Adventure reingewählt. Und ja, eben Solitaire. Ein Spiel, was viele Leute, die mit einem Windows-Rechner unterwegs sind, sicherlich kennen. Gibt es natürlich auch für andere Systeme. Und kam ja damals ganz früher von einem Kartenspiel. Und noch verrückter, das Ganze wurde ja eigentlich nur in Windows eingebaut, um den Benutzer die Maus ein bisschen näher zu bringen. Damals gab es die Maus noch nicht so lange. Da hat Apple und vor Xerox das Ganze früher eingeführt, die Maus näher zu bringen. Die Möglichkeit, eben eine Karte von links nach rechts zu verschieben und so weiter, kann man natürlich mit so einem Spiel deutlich einfach rüberbringen. Interessant, wie man da drauf gekommen ist. Übrigens, Solitaire gehört auch mit Windows 10 noch zu der Basisausstattung. Somit, wer einen Windows 10 Rechner hat, happy Spiele-Kartenschubserei wünsche ich doch. Das waren es die Themen, die ich heute für euch bereit hatte. Das war ja die Woche, wo ich für den Achim eingesprach unterwegs ist. Werde ich nochmals, oder was heisst nochmals, werde ich die normale Woche haben. Und er wird dann die Woche danach wieder in der Daily sein. Somit wünsche ich euch derweil mal ein schönes und ein ruhiges Wochenende. Geniesst es, wenn ihr könnt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch am Montag wieder reinhört. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.